Hör jetzt auf! Du musst den Checkpoint nehmen! Halt's Maul! Nein, ich war da oben, du hast mich runtergeschossen! Ja und? Jetzt hab ich dich aber nicht runtergeschossen! Ist egal, ich hab hier lebenslänglichen Checkpoint! Hör jetzt auf! Und ich soll diesen Kack-Jub-Run für voll nehmen! AHHHHH! Junge! Ey, Alter! Du Schwuchtel! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Guck dir mal dein Skin an! Hör auf! Hör auf! Lustig! Spitzkopf! Spitzkopf! Ich hab's geschafft! Echt? Mhm! Nicht cheaten, aber okay! Warte mal gerade! Ich hab nichts abgebaut! Was ist das? Level? Mh! Oh, Level! Für was brauch ich Level? Keine Ahnung, mir war langweilig! Okay! Sooo! Juppen-Run? Ja! Eigentlich ein einfaches! Eigentlich ein einfaches! Hör auf! Hör auf! Ja! Hör auf! 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 So warte! So einfach rein! Auf den Block stellen und Knopf drücken! Stopp! Stopp! Bevor du was machst! Leg dich schlafen! Du stirbst auf jeden Fall! Also das ist ne Belohnung sozusagen! Leg dich schlafen da! Okay! Im Ernst ist es ne Belohnung? Ja Junge das ist so geil das Ding! Das ist der Fuh! So warte mal! Warte ich! Teleportier dich runter sonst bekommst du Schaden! Drück du den Knopf! Nö! Mach doch! Du fliegst hoch! Das ist so geil! Ohne Mist! Du siehst die ganze Karte dann! Hui! Lol! Hast du überlegt? Nicht ein Herz! Echt? Lol! Wie geil! Ich bin hier direkt wieder ins Wasser geflogen! Oh yeah! Bei mir hat das nie geklappt! Echt? Nö! Kannste mal sehen! Tons of Skill! Jetzt wieder hier raus! Hä? Lol! Du hast so viel Zeug eingesteckt ey! So du musst D drücken! Was? D drücken! Warte mal! Drück W! Pumm! Prrrrr! Wow wow wow! Was passiert hier? Junge das bugt so krass! Das gibt's nicht! Wie krass das bugt! Ja du bist manchmal einfach so... Stunden... Da fährt einfach mal ein einzelnes Mine-Card rum! Dann bist du mal wieder drinnen! Ahaha! Ahaha! Ich fliege hier irgendwo durch die Luft! Ahaha! Und jetzt bin ich in der Erde drin! Nicht im Ernst oder? So! Stopp! Hier musst du alle Schilder lesen! Ähm! Alle Schilder lesen! Und ähm! Ja! Falls du die anderen WG auch noch spielen willst, solltest du hier speichern! Speicher lieber mal! Okay! Stell dich auf den Diamant-Block und drücke den Knopf, wenn du deine Wahl getroffen hast! Logik! Allgemeinwissen! Geduld! Mach mal bitte alle! Also... Wir machen danach einfach also... Ja ist es alle! Ja mach einfach alle dann! Ist es alle! Weil ich hab mir bei allen wirklich Mühe gegeben! Oh! Geduld nimmt der Junge her sich! Nee! Einfach nur weil es ganz links war! Schwierigkeit einfach! Also einfach und hier ist nochmal schwer! Muss ich da runter springen oder? Du musst dich hier drauf stellen auf den Diamant-Block und dann den Knopf drücken! Wah! Wah! Ja mach's noch tiefer! Du hast dir Geduld ausgesucht, gell? Oh je! Geduld fand ich am schrecklichsten! Gut zu wissen! Oh je! Was erwartet mich! Die ist ja doch länger als ich gedacht hab! Ja bald ist sie aber auch am Ende! Ich hoffe! Die dauert echt nicht mehr lange! Das sind jetzt schon echt die letzte Aufgabe! Wir können ja als Zusatz bei einer anderen Aufnahme nochmal die anderen Wege machen oder wie das jetzt war Ja, können wir machen Zusatz-Content Ja, können wir machen und nochmal das andere Jump-and-Run-Ding da Also ich hätte jetzt Geduld, hätte ich nicht genommen weil das wirklich eins der komischsten war, da läuft es jetzt einfach nur lang so geduldig sein, weißt du Nicht im Ernst, oder? Doch Warum gibt es einen Schwierigkeitsgrad? Das soll getrollt sein Lustig Geil Ja, mir ist nichts mehr eingefallen Logik war am besten Dann porte mich mal irgendwo hin weil das soll jetzt echt Käse Ja, du bist gleich da Das soll jetzt echt Käse hier Käse Bam Getrollt like a boss Nein Lass mich hier raus So, äh, möchte sogar noch die anderen Wege machen Sieht so aus? Was kommt denn jetzt? Dann das Ende, oder wie? Ja, jetzt wäre schon fast das Ende da Ich will zum Ende Der Rest kommt in den Zusatz-Content Hier lang? Ja Benutze hier die Schalter Die ich noch hab, oder wie? Du hättest eigentlich einen finden sollen, aber benutze einfach den, den du schon hast Und den anderen Ach, der ist noch nicht ganz fertig, die Map Stimmt Was? Komm, noch ein Jump in Run Oh Extreme, Junge Nein Direkt mal den ersten Jump gefällt Ist machbar Das steckt nicht Gesundheit Danke Oh, mit, äh, Nether-Dingsbums hab ich noch nie gearbeitet Ja, du musst halt einfach irgendwie am Ende laufen, glaub ich, sowas Ja, saug schön an deiner Pulle Oh, es miss Interessiert hier keinen Alter, der ist schon ein bisschen hart hier, der Sprung Also da hast du dir was Hartes ausgesucht hier, du Alter Nein Ey, Alter Yolo Nein, Sören Hä, was, was? Du bist so ne Pussy, Junge Ich seh hier gar nichts Sören Jetzt musst du dich leider töten Damit du all dein Zeug verlierst Junge Halt's Maul Ich muss dich töten Halt's Maul Sören, du baust hier nicht um den Scheißdreck hin Hab ich gar nicht Ja gut, dann geh halt da hoch, du Pussy 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 Ich hab gar nichts gebaut Ich weiß gar nicht, was du hast Jetzt komm hier hoch einfach, wenn du schon so abpissen willst Abpissen Komm Das ist Cheaten, was soll das? Du Scheißlappen Äh, 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 äh Äh, so Du drückst so früh die Ding Ich kann drücken, wann ich will, okay? Äh Äh, sexy lady Komm jetzt einfach auf den hier hoch Nein, es wird hier nicht gecheatet Es wird hier nicht gecheatet, aber ich bin der Admin, also Du bist die Ober-Gaylord-Homo-Schwuchtel Wenn du das gerade sagst Dann ist das so, genau Nee Du musst es gerade sagen, als Ober-Gaylord-Schwuchtel Ah, ah Skilla 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 Ich bin so hot Junge, du kannst so viel Geiles an den Anfang hier machen Och nö, ich musste direkt an die Leiter springen Ich dachte gerade so, hä? Skilla 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 Loll Soll ich dich hochporten? Nö Nö Einfach nein Ah, Skilla Skilla Oh, hoppla Spasti 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 Skilla Skilla Jürgen, du hast das schon geschafft Stimmt, porte mich sofort Porte mich Ich befehle es dir Porte mich Ich habe es geschafft Sind es überhaupt für Blöcke, Smaragd? Ähm, warte Ja, ich bin Ok Yo, tebe mich Du, tebe mich Ich bin Tahn Spasti 100 I decompone Check Haaahhhh Skilla ah die ließ die 6e leider ob 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 anfang an einem start über die beste für den dänen ist wo ob es ist das da ob es ist das da er ha 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 also ich würde erbauen keine ahnung ich habe so ich werde mein skil für japan ist gerade aufgebraucht Skill minus 9k Randale Okay, ich porte dich jetzt hier hin Okay, mach das Hör auf, irgendwas zu bauen Tut mir leid Hör auf, wenn du die Map hast Du musst sie nicht unnötig kaputt machen Es tut mir leid Au Lappenbart Hey, beste Fanbase Checkpoint Oh yeah, checkpoint Nein Checkpoint, jawohl Au Ich hab dir schon hier ne Hilfe gebaut Ich war LOL Ich sag Ja Ja Hey, beste Fanbase Jetzt geh Ich hab dir ja schon ne Hilfe gebaut Ohne Mist Ziemlich hart denke ich hier Das Gestein Komm jetzt Ich hab dir hier ne Hilfe gebaut Schau dir mal hoch Sehr nett von dir Loll, der Checkpoint war einfach offen Wie dumm Der Checkpoint Beste Fanbase Beste Fanbase Beste Fanbase So, jetzt darfst du den Checkpoint dir dienen Was bringt, was machst du da? Keine Ahnung OP Oh Nein Alter, als ob ich da hinkomme Natürlich Nein Natürlich Warte Was machst du? Nicht Nicht Als ob ich da hinkomme Ja, ich hab's auch geschafft Du musst, wenn du kurz vor der Leiter bist Äh, Shift drücken Äh Du, 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 du Ich dachte grad, so, gleich ist der Block abgebaut Wo holst du die ganze Wolle her? Ich weiß nicht, ich hab die irgendwann mal abgebaut Ach, nee, das war die von, äh, wo das Ding explodiert ist Das kann gut sein Scheiß, Mann Das war ein Lappen, Junge Das, das ist ganz ernst zu nehmen gerade irgendwie Irgendwie auch nicht, keine Ahnung Ist ja auch deine Adventure-Map Oh Ach, komm, ich borte dich Ich mach dir hier ne Hilfe Komm, jetzt ist das ne Hilfe da Ey Ups Scheiße Willst du Schlecke? Bam, bam, bam Im Ernst, mein Jump-Run-Skill ist leer Aufgebraucht Ist so Iso, Digga Komm her Oh, Junge Dann ist es jetzt Aber jetzt gibt's keinen Checkpoints Dez 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 Du Dez Gesundheit Lol du wap 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 oh du hast es geschafft oh nein ich will die einfach mal ihr wird nicht gecheatet ich tue nicht ich habe den stein aus drolligkeit okay komm her du kriegst ihren bonus du kriegst kein bonus mehr okay du kriegst den bonus ja weil du sonst nur selbst boni machst selbst boni hat den trick entdeckt was ein trick ja dass man so blöcke hochlaufen kann da hast du ganz jump und run gespart aber jetzt trotzdem wirst du den sprung verkacken hier hier boni wie süß heißt so wie süß so oder sind checkpoint weißt du das war wirklich ein richtiger checkpoint wie awesome hier ist aussieht aber sommer oder hier ist es trotzdem verkacken guck dir mal das an die scheiße hast, ha? Kack, Cheater. Du, Cheater. Binc. Oh, Skilla. Loin. Wenn du mich hier runter schießt, ich hab Steine und ich werde sie benutzen. Hör auf. Ey, das ist scheiße von dir, du hast mich runtergeschossen. Geh doch einfach wieder, dein... Nö. Ey, fick dich. Du hast mich runtergeschossen. Ja, okay, jetzt. Nein, nix, okay. Hör auf jetzt. Jetzt bin ich hier und du lässt mich hier. Du, direkt, Sack. Direkt. Hör auf. Oh, leif. Hör auf. Du bist gerade reingerannt. Hör jetzt auf. Du musst den Checkpoint nehmen. Halt's Maul. Nein, ich war da oben. Du hast mich runtergeschossen. Ja, und? Jetzt haben sie sich aber nicht runtergeschossen. Ist egal. Ich habe hier lebenslänglich den Checkpoint. Hör jetzt auf. Und ich soll diesen Kack-Jump-Run für voll nehmen. Ey, kill yourself. Du schmuchtel, hör auf. Guck dir mal deinen Skin an. Einfach nur, dass ich mal so feile. Lustig. Jetzt komm ich, hör auf. Nö. Komm, ich tu weg. Komm jetzt, mach. Sagst du jetzt. Sorry, ohne Scheiß. Wenn du jetzt hier cheatest. Du gehst jetzt da hoch. Du bist nicht meine Mutter. Ich kann tun. Lassen. Machen. Was ich will. Nein. Doch. Du hast doch eh schon hier tausende Checkpoints. Ich meine, was war hier? Egal. Was war hier? Oder was war hier? Ich wurde zurückgesetzt. Ich wurde wieder zurückgeholt. Zurückgeholt. Get nis. Ich lebe nis. Get nis. Gott. Go, damn, Lied. Oh mein Gott. Okay, komm. Willst du es noch schaffen, oder? Will ich das? Nö, will ich nicht. Komm her. Bau dir hier eine Leiter hier hoch. Ich hab keine Leiter. Ja, du hast doch tausend Steine. Nö. Du hast alle zerstört. Echt? Du Monstrum. Hier, komm hoch. Ja. Ich war's. Junge, ich bin so ein Pro. Warte, stopp mal, bevor du jetzt gehst. Das muss Nacht sein, dann sieht's episch aus. Ja, nicht, wenn so ein hessischer Roboter an meiner Fresse hängt. Das ist ein Transformers, du Lappen. Trotzdem. Komm jetzt. Geh raus. Geh raus. Geh aus dem Sichtfeld. Verschwinde. Los. Du musst die Leiter hoch, du Pisskopf. Junge, ich bin so ein Pro, dass ich diese Map hier geschafft hab. Junge. Naja. Vielen Dank für das Spielen meiner Map. Die Map wurde erstellt von Gaylord Games. YouTube Gaylord Games. An der Map habe ich ca. einen Monat gearbeitet. Angefangen habe ich noch in der 1.2. Und dann pausiert, pausiert bis zur 1.5. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Mir hat es denitiv Spaß gemacht, die Map zu erstellen. Hat es dir denitiv Bock gemacht? Oh oh. Lol. Willst du noch was sagen? Ja, warte mal. Hast du noch was zu sagen oder was? Lol. Ich, ähm. Pit Game. Ich verabschiede mich damit ja auch mal. Die Map war jetzt alles andere als geplant. Ähm, das mit dem, ähm, ein Level tut mir leid. Es wird auf jeden Fall nochmal einen Bonus geben, wo wir beide dann die, wo wir beide dann die anderen Sachen spielen. Das andere, da hinten läuft ja wieder der Spaß, die seht ihr ihn. Ja, das andere ist, ähm, äh, das heißt, ähm, ja, ich kann gar nicht sprechen. Dieser Turm, einmal da hinten war der irgendwo und sowas, dann noch das da. Ähm, die Map spielte sich ja eigentlich im Untergrund und jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, wir sollten gehen. Alpha Corbo, bist du? Es regnet. Oh, das ist ein NPC-Dorf. Goll. Gollu. So, ich verabschiede mich hier mit meinem Suicide! Suicide! Okay, tschüss. Hau da rein! Hau da rein! Hau da rein! bis zum nächsten Mal. Huön! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Los sometimes weil Leuteizauswadsz. Wir waren gehydrat ver attempting zu lernen. Bis zum nächsten Mal.